Das Medienhaus Nord Nord hat am Mittwochabend zu seinem jährlichen Sommerfest nach Schwerin geladen. Im Verlagsgebäude musste der Geschäftsführer Andreas Gruszczek viele, viele Hände schütteln. Vertreter aus Politik und Wirtschaft konnten nämlich gleich zu zwei Jubiläen gratulieren. Wie übergroße Zeitungsausgaben auf dem Fußboden verrieten, gibt es die Volkszeitung seit genau 70 Jahren. Einen Nachdruck der ersten Ausgabe von 1945 konnten die Gäste übrigens auch selbst in den Händen halten. Das zweite Jubiläum war 20 Jahre Online-Ausgabe. 1995 war die Schweriner Volkszeitung als erste deutsche Tageszeitung im Internet vertreten. Geschäftsführer Andreas Gruszczek schaut nicht ohne Stolz zurück. Wir haben, glaube ich, nach wie vor eine tolle Entwicklung, was wir im Regionalen, im Lokalen gemacht haben. 70 Jahre zurück hat man ganz andere Möglichkeiten gehabt, auch journalistisch ganz andere Möglichkeiten als heute. Und wir versuchen, diese ganzen Möglichkeiten zu nutzen. Und da ist der Bogen auch hin in Richtung 20 Jahre Online. Das ist für uns einfach die tolle Chance, noch einen ganz anderen Kanal zu nutzen und dadurch mehr Menschen zu erreichen. Das ist dem Medienhaus Nord in den letzten Jahren auch sehr gut gelungen. Die drei produzierten Tageszeitungen für Westmecklenburg, die Schweriner Volkszeitung, für den Raum Rostock, die norddeutschen Neuesten Nachrichten und für den Nordwesten Brandenburgs, der Prignitzer, kommen zusammen auf täglich 270.000 Leser. 20.000 mehr als im Vorjahr. Das betrifft nur die gedruckten Ausgaben. Online gibt es im Monat 480.000 User. Die Hälfte davon nutzt die Angebote auf mobilen Geräten. Das sind durchaus positive Zahlen, doch ausruhen will man sich darauf nicht. Und so gibt es weitere inhaltliche Ideen und Pläne. Im Grunde ist dieses Sommerfest auch so ein Punkt, wo man mal kurz innehielt und sagt, wo stehen wir, was haben wir geschafft und wie gehen wir jetzt weiter. Insofern können Sie eigentlich jeden Monat mit etwas Neuem rechnen. Für den Herbst zum Beispiel planen wir eine groß angelegte Kampagne als Redaktion, wo wir noch mehr in die Region gehen wollen und unsere Leser wieder einmal befragen wollen, was sie eigentlich von uns erwarten und wie zufrieden sie mit uns sind. Neben den vielen Gästen aus dem politischen und wirtschaftlichen Bereich begrüßte Andreas Grustschek als Ehrengast Hildrud Wichmann, die Ehefrau eines langjährigen SVZ-Karikaturisten, der viele historische Ereignisse in seinen Bildern festhielt und die Zeitung damit bereicherte. Eine Bereicherung ist die Zeitung auch für zwei hochrangige Politiker. Ich wohne ja hier mit meiner Familie in Schwerin und deshalb interessiert mich als Schwerinerin, aber auch als Politikerin, was ist in meiner Heimatstadt los. Ich habe die Schweriner Volkszeitung bei mir zu Hause auf dem Küchentisch hier in Schwerin oder alternativ im Büro in Berlin. Sie ist hier regional sehr stark verankert. Es ist eine starke, gute Zeitung, gut gemacht. Ich lese sie persönlich sehr gern. Sie ist sehr informativ. Neben den zahlreichen Gesprächen, dem einen oder anderen Getränk oder einer Stärkung am Buffet, wurde am Abend auch noch eine Sonderausgabe der SVZ verteilt. Thema war das Sommerfest 2015 vom Medienhaus Nord.